Konnichiwa Minasan, wenn ihr schon mal in Japan wart, dann habt ihr wahrscheinlich auch schon mal das hier gesehen, japanische Yen, 10.000 Yen, 5.000 Yen, 1.000 Yen, dann gibt es ja noch eine ganze Menge an Münzen und wahrscheinlich ist es euch genauso gegangen wie mir am Anfang, dass ihr euch gedacht habt, okay, ich kann das jetzt hier theoretisch umrechnen, aber wie viel ist denn das eigentlich wert? Und wenn so ein Japaner 10.000 Yen ausgibt, ist das dann für ihn viel oder ist das wenig? So ging es mir zumindest am Anfang, dass ich nie wirklich ein Gefühl dafür hatte, wie viel ist das denn jetzt eigentlich? Wenn man in Deutschland, wenn ich da irgendwas gekauft habe oder so, dann wusste ich, wie viel ungefähr, ob 50 Euro für ein gewisses Produkt teuer ist oder nicht, ob ein Euro für ein Apfel teuer ist oder so, sowas weiß man eben. Aber dieses Gefühl geht so ein bisschen verloren, wenn man im Ausland ist und dann auf einmal eine andere Währung hat und selbst wenn man es im Kopf irgendwie umrechnet, habe ich zumindest oder ging es mir immer so, dass ich trotzdem es ein bisschen leichtfertiger ausgegeben habe, als ich es in Deutschland tun würde. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wie bekommt man das weg? Vor allem, wenn man länger in Japan leben möchte. Geht das einfach so weg? Rechnet man immer noch um? Ich lebe jetzt drei Jahre am Stück hier, mehr als drei Jahre sogar schon, stehe ich immer noch im Supermarkt und rechne jetzt um, okay, das kostet 200 Yen, wie viele Euro wären denn das irgendwie, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob es jetzt teuer ist oder nicht? Nee, das mache ich nicht mehr. Also ich rechne in Japan überhaupt nichts mehr um oder sowas, sondern was ich am Anfang gemacht habe und was ich euch auch absolut empfehlen würde, falls ihr die Möglichkeit dazu habt. Bei mir war es ja jetzt so, dass ich japanische Familie habe über meine Frau, also meine Frau ist Japanerin und die hat natürlich eine Familie und wir haben die ersten Monate auch bei ihrer Familie gewohnt. Das heißt, was ich gemacht habe, wenn wir zusammen einkaufen war, ist, ich habe meine Frau gefragt, der Apfel kostet so und so viel, ist das teuer aus japanischer Sicht? Empfindest du für Butter den Preis als teuer? Wie empfindest du das? Also ich habe immer danach gefragt, was sie als teuer empfindet und was sie als günstig empfindet für bestimmte Produkte. Vor allem im Supermarkt habe ich das am Anfang gemacht. Dann irgendwann kommen natürlich mal Geburtstage von Leuten, da frage ich, was gibt man denn hier so, was wäre denn viel? Und so habe ich versucht, ein Gefühl dafür zu entwickeln, was denn nun teuer ist und was nicht, indem ich immer die Familie meiner Frau und meine Frau gefragt habe, wie sie das empfinden. Und das habe ich mir einfach angeeignet. Also ich habe versucht, das, was ihre Familie und sie als teuer erachtet, auch als teuer zu erachten und dann natürlich auch das ein bisschen mit Freunden hier abgeglichen und so, um den Gefühl dafür zu bekommen, okay, ist der Apfel jetzt teuer im Supermarkt oder ist der günstig? Was kostet ein Stück Wassermelone denn so im Durchschnitt? Und so habe ich mittlerweile auch herausbekommen, wenn ich jetzt in ein Geschäft gehe, weiß ich so ungefähr, ah okay, das ist relativ günstig, das könnte man in dem Geschäft kaufen oder, boah, die Würstchen sind aber teuer, meine Wege, ja, Würstchen werden auch in Japan gerne gegessen, gerade von Kindern auch und so entwickelt man das. Das heißt, ich würde euch von Anfang an empfehlen, rechnet nicht um, rechnet nicht immer in Euro um und versucht dann zu entscheiden, ob etwas teuer oder günstig ist, sondern fragt, falls ihr die Möglichkeit habt, nicht jeder kennt natürlich Japaner oder hat japanische Familie dann hier oder hat japanische Freunde, aber falls ihr die Möglichkeit habt, ich meine, ihr könnt einfach so im Supermarkt mal fragen, entschuldigen Sie, ist der Apfel teuer? Ja, könnt ihr theoretisch auch machen, ist vielleicht ein bisschen komisch, vielleicht lernt man aber auch neue Leute kennen, aber falls ihr die Möglichkeit habt, fragt das und rechnet nicht mehr im Kopf in Euro um, sondern fragt einfach, ist das teuer oder nicht und so entwickelt ihr relativ schnell nach kurzer Zeit schon ein Gefühl dafür, ob Dinge nun teuer sind oder nicht. Was ich auch immer ganz interessant fand, ist dieser 10.000 Yenschein hier, wenn man das jetzt nach aktuellem Kurs in Euro umrechnet, sind es irgendwie ein paar 70 Euro, sage ich mal. 70 Euro finde ich relativ viel. Das ist aber, vom Gefühl her, verwenden die Japaner so einen 10.000 Yenschein, wie die Deutschen einen 50 Euro Schein. Natürlich hängt das auch immer so ein bisschen davon ab, in welchem Gebiet man lebt, wie viel Einkommen man selbst hat und so, aber einen 10.000 Yenschein, habe ich immer das Gefühl, geben die Japaner relativ leichtfertig schon mal aus der Hand zum Geburtstag oder sonst irgendwas. So etwas bekommt man dann eben auch aus. Wenn man das aber immer umrechnet, würde man sagen, 70 Euro zum Geburtstag, was ist denn da los, meinetwegen. In Deutschland habe ich immer noch 20 gemacht oder 50 oder sonst irgendwas. Aber da muss man natürlich auch gucken, also muss man nicht, aber dass man sich vielleicht ein bisschen anpasst und guckt, wie machen die Japaner das. Und wenn man das auch so ein bisschen versucht zu lernen oder ein Gefühl dafür zu bekommen, dann ist man hier auch nochmal ein Stück besser integriert, würde ich sagen. Das soll es auch schon gewesen sein, mal so ein kleines Video. Wie hat euch das gefallen? Mal ein bisschen kürzeres Video. Zu einem so einem Thema aus dem Alltag könnte man sagen, wollt ihr mehr solche etwas kürzeren Videos zu ganz kleinen Themen haben? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Also nicht umrechnen, Leute, sondern die Japaner fragen, ob sie was teuer finden oder nicht und dann ein Gefühl dafür entwickeln. Vielen Dank für's Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye, bye!